Musik Yo Leute Willkommen zu einer Folge Stock und Stein Zu unserem Party Teil Ja und ich habe die wichtige Information Turo Boycats gehört jetzt zum Sargent Gameplay Team Nein! Doch 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 Ja 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 Und wenn wir 500 Abos haben Dann machen wir einen Livestream Wir spielen alle Maps Wir kaufen Season Pass, spielen alle Maps Ich habe ihn halt Nein Ich habe ihn halt schon Den Season Pass Dann hole ich mir den Season Pass Und dann spielen wir alle Karten Ja Also spielt alle Karten in einem Livestream Und dann spielt alle Karten mit einem Team Freddy und Team Foxy Das wird dann aufgeteilt Wenn die Abonnenten Ihr könnt dann mitspielen Und dann machen wir zwei Teams Jemand spielt mit mir Und jemand spielt Oder halt die anderen spielen mit Mit dem Sargent Oder Team Turbo und Team SGP Ja genau Ja Komm doch Wir laufen mit dem Kreis Weil wir laufen mit dem Kreis Ja Ich habe das 100er Aim Ja wo ist meine Tomahawk Ich muss sie schon wieder suchen Das wird jetzt So ein Running Gag Das sage ich euch Ja echt Ich muss sie wieder suchen Es gibt es auch nicht Tomahawk Bist du das? Nein Ich weiß nicht Wirken wer sie ist Ja sie ist auf dem Parkplatz Ausserhalb der Map Und Ha 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 Der Neif Ja jetzt habe ich wieder einen Tomahawk Nein Das ewige Kreis Lauf des Lebens Für mich So Ja Gleichstand Ausgegeben Endlich Endlich einmal Immer wieder Komm doch Ich Einmal noch Catch you Oh nein Oh nein Oh nein Du wartest Wie ich weiß es Tadam 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 Also Tadam 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 Ich wollte genau das Ballistikmesser wechseln. Das gibt es doch nicht. Wo ist Bonter? Ja. So. Diese Reaktionszeit von mir wird immer geringer. Das sagt gut so. Was? Waren das jetzt 10 Minuten? Es waren 5. 5. Nein! So knapp gewesen. Across the map. Oh, mein Video hat fertig gerendert. Oder unser Video jetzt. Nein, das wäre so ein Across the Map geworden. Wow. Nein, er hat mich gerade geneift. Aber hat mich doch nicht geneift. Glück gehabt. Dieser Kill ist einfach unglaublich. Beide werfen genau gleichzeitig das Tomahawk. Auch mal eine Runde. Ja, wir haben eine nächste Folge. Ja. Also, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schrei.